Herzlich willkommen hier auf der IMB in Berlin. Mein Name ist Christian Wöhner, ich bin verantwortlich für die Schulungsabteilung bei der Firma Löwe Technologies GmbH. Was haben wir heute Neues auf der IMB zu bieten? Im letzten Jahr haben wir erfolgreich Bild 7 eingeführt in den Geräteklassen 55 Zoll und 65 Zoll. In diesem Jahr haben wir erstmalig das Gerät in 77 Zoll, was wir hier live auf der IMB zeigen. Ausgestattet ist das Gerät wie die beiden 65 und 55 Zoll Geräte mit der Kinematik. Das heißt, mit dem Ausschalten fährt der Bildschirm nach unten und verdeckt die 120 Watt starke Soundbar. Und mit dem Einschalten geht das Panel nach oben und gibt die Soundbar entsprechend frei für einen perfekten Ton. Zusätzlich ist das Gerät noch mit einer elektronischen Motorsteuerung ausgestattet. Also auch hier für die optimale Sitzposition entweder nach links oder auch nach rechts lässt sich das Gerät mit der Fernbedienung motorisch steuern. Auch eine Ausschaltposition kann festgelegt werden, sodass der TV immer im ausgeschalteten Zustand optimal steht. Ja, zusätzlich, vielleicht haben Sie es im Video schon gesehen, alle OLED-Produkte von Löwe sind ab diesem Jahr zertifiziert für Dolby Vision. Auch die ganzen Inhalte wie HDR10 oder HLG können auf den Geräten abgespielt werden für ein brillantes Bilderlebnis. Gepaart mit unseren Klang-5-Lautsprechern, was Sie hier noch sehen, und dem Subwoofer, die aktiven Klang-5-Lautsprecher, die per Funk an das Gerät gekoppelt sind. Und der entsprechende Subwoofer, Klang-5-Subwoofer, der auch per Funk das System ergänzt. Und mit dieser Kombination lässt sich das Ganze bis auf ein 5.1 Home-Entertainment-System erweitern, für perfektes Home-Entertainment zu Hause.